Das muss ich jetzt nicht ganz zeigen, aber das ist dieser Bambuillero, der heißt, der Beirauchkessel, der in den Geschwungen wird. Das ist dann schon die Räuse, die laut, das durchdringen, was die Klicken haben. Der Gesamt ist übrigens Fischig von Stören. Das war die Messe, die dritte Messe. Da stand ich gut und wir brauchen ja nichts zu können. Aber ich habe ja das schon zwei Messe vor noch erlebt. Und da hat er eine Anseignung so und da klang das super, wunderschön. Die kann es nicht, die kann ich den haben. Das Ding ist vor zwei Jahren mal abgegangen. Jetzt sieht es so relativ heftig aus, oder? Ja, das schwingt ja durch das Querschiff. Das Lenkschiff wird schwer zu bilden. Also quasi über die Lange steht. Das geht wirklich über die ganzen Köpfe darüber. Das rauchende Monster. Wie schwer ist der? Ich glaube nicht. Es ist ungefähr einen Meter hoch. Das ist gar nicht schwer. Ja, ich glaube nicht. Ja, ich kann das ins Gewicht haben, aber vier Warten. Man muss die Leer am Kopf kriegen. Aber wenn das nicht so schwer ist, wenn das von oben runter fällt. Ja, 30 Kilometer wird das schon. Ja, das ist doch sicher. Ja. Da hat es erst einmal umgegangen. Ja. Da zieht sechs Leute dann. Da haben wir zwei, gut zwei Jahre ansonsten. Ja, da. Da ist immer das Gehängt, oder da sind auch Gehängt jetzt da an der Kuppel. Aber ich habe ja eine Ressource gemacht. Nach der Rückkehr, da fehlte sie das schwiegende Fall noch. Da war die Kirche nicht mal halt besetzt, hier war sie am Kopf. Ja. Da muss ich sagen, das ist so ein guter Spektakel. Aber das hat auch was. Das ist so ein hart. Das ist aber kein Schub. Ja. Ja, wo bin ich? Ja, wo bin ich? Ja, wo bin ich?